hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einem neuen part von let's play hellblade zenua sacrifice ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was im letzten paar passiert ist habe ich zwei wochen lang nicht mehr gespielt so ganz kleines bisschen weiß ich noch was ich aber weiß davon steht dillian und den wollen wir uns jetzt angucken gehen wenn denn die zenua lust hat ich glaube ich muss das gleichgewicht halten Der Schrei war ja mal richtig hässlich. Ich hab gesagt, okay, wir probieren es nochmal. Ja, ja. Komm schon, Mädchen, du hast es. Komm, 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 komm. Sehr gut. Was machst du dir? So weit sind wir gekommen und springen wir runter. Mann bist du blöd. Sinoa. Wenn jemand Angst ist, dass der Dunkel ist. So können wir sie durchführen? Aber du, die schönste Welt. Du, und nur du, kannst dich sehen, um dich zu retten, um deine Erinnerungen zu verhindern. Oder ist das der Preis, die du verabschiedst, die du hast? A gift, die dich so speziell ist, in meinen Augen. Nur eine andere Teil der Person, die ich liebe. Ich left for the wilds, um dich von meiner Erinnerung zu retten. Weil ich dich liebe. Aber es macht es schlimmer. Ich bin so sorry. Was, wenn das nicht sinnvoll ist? Was, wenn du falsch bist? Was, wenn wir falsch sind? Jo, da haben wir die nächste Prüfung bestanden. Das ist, glaube ich, die zweite, die wir durch haben. Und, ähm... Ja, wir machen jetzt mal die nächste. Oder suchen wir es. Es müssten ja, glaube ich, mehrere sein. Zum Beispiel hier. Das haben wir noch nicht gemacht. Daher machen wir das jetzt. Daher machen wir das jetzt. Ohne. Das ist nicht so, wenn du weißt, dass du weißt, ein Geist, den wir uns in der Zeit haben. Das ist nicht, wenn du weißt, dass du weißt. Das ist nicht so, dass du weißt, was du weißt. Und wenn du weißt, was du weißt, was du weißt, was du weißt. Where am I? I can't see. Shhh. Who's there? Can you hear me? Do you? I'm right here. Can you see me? Help me. Breathe slow. Stay still. Empty your thoughts. Befreie deine Gedanken, so wir sehen noch nicht viel. Breathe. Good. And there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet. It's so dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let me send this guide you. Ich höre Feuer. Feuer. Das müsste dann hier sein. Genau. Jetzt fehlt halt nur noch eine Fackel. Egal, wir gehen einfach zum Feuer. Hier ist noch eins. Dann haben wir da hinten das nächste. Wir folgen jetzt einfach dem Feuer. Ich denke jetzt mal, das ist der Weg. So, das nächste. Nee, das ist keins. Kannst du nicht ein bisschen schneller rennen? Geht nicht, ne? Ich denke, ich bin irgendwo anders. Das Wetter ist weg. Use all of your senses. Let the world speak to you. Was hast du hier? Gewassert. Geh da. Du, das müsste dann hier unten sein. Was ist das hier am Boden? Ah, nur eine Blume. Gut. Kann er mal hier den Füßen? Gut. Das ist dein Feuer. Folle es nach links. Alles klar. Dann machen wir doch, was der Dillian uns so sagt. Ich bin so sorry. Ich dachte, ich habe das alles hinterlassen. Sei nicht sorry. Es ist nicht dein Fass. Er war richtig. Es ist in mir. Es wird mich nicht gehen lassen. Xenor. Mein Vater. Er hat mir erzählt, dass die schwersten Kriege in der Geist kämpft sind. Nicht die Säule. Er hat mir gehört. Er hat mir gehört. Er hat mir das in den Warrior Trials. Das ist nur noch ein paar Bälle. Du kannst ihn schützen. Das ist nicht dein Bälle. Du musst dir helfen. Ich will es. Ja, der hat hier irgendwas probiert, was er nicht hätte probieren sollen. Es scheint, dass es kein Vergangenheit in diesem Ort ist. Und so ist sie verpflichtet, um es zu leben. Und zu welchem Ende? Ah, das ist Feuer. Okay. Ah, das ist eine komische Premiere. Ja, das ist ein Haus. Dieses Spiel gibt mir verdammt nochmal Gänsehaut. So, wahrscheinlich ist es noch ihr eigenes Haus. Dann gucken wir. Was zum Teufel ist das? Fuckin' hell. Also wir müssen schön ruhig sein. Was ist das? Heilige Scheiße. So, wo... Oh fuck, wo ist der Hausgang? Scheiße. Ja, das war jetzt nicht wirklich ruhig, aber... Wir haben es geschafft. Wir sind vorbei. An dieser komischen Kreatur. Wir sind nicht folgendes. Wir sind nach hinten. Wir gehen nur nach hinten vor uns. Aber jetzt hab ich nicht gelesen. Egal, ich geh zum Feuer. Fuck, das sind noch mehr solche Sachen. Was ist das? Fuck, mein Leben. There is more of them. I think they're moving. Okay, you're breathing too fast. I'm scared. Listen to the sound of your breath. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Genau, Delian sagt es doch schon. Sehr gut. It will pop. You can do this, I know. So, geh weg. Gut. Jetzt müssen wir schnell sein. Ganz schnell zum Feuer. Sehr gut. Fuck. Jetzt geht's noch nach vorne. Und der läuft weg. Das ist gut. Der Rest ist weg. Oder weit weg. So. Die beiden Kollegen sind auch am weglaufen. Oh, da ist auch einer. Schön ruhig, mein Freund. Und schön leise. Und einatmen. Ausatmen. So, wir haben es bald geschafft. Es sind auch keine Kreaturen mehr. Und ich glaube, das ist das Ende der Prüfung. Oder ich hoffe es. Ich glaube, ich bin in einem Haus. Es stinkt. Oh, der Tod. Ein Haus, das nach Tod stinkt. Oh ne, jetzt kommt noch sowas. Und ne Kreatur ist unten dran. Alles klasse. Schön langsam. Und ruhig. Und ruhig. Sehr gut. Halte das Gleichgewicht. Sehr schön. Das war ja einfacher als vorhin, als man gesehen hat. Und noch mehr solche Kreaturen. Und Schlamm. Oh, die bewegen sich schneller. Boah. Kann jetzt nicht sein. Komm schon, Sino. Oh, fuck. Geh weg da. Los. Überall hängen Tote. Boah. Oh, fuck. Komm schon, lauf, 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 lauf. Schneller, 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 komm. Delian ist da hinten. Sehr schön. Durchholzt du ich? Ist das du? Ich kann deine Länge sehen. Ja. Ich kann dich auch sehen. Sehr schön. Dann hole in dir. Hole in dir, Sino. So ist gut. Komm, komm, komm. Das ist eh nur eine Verarsche, aber trotzdem... sind wir da. Am Ende der Brücke. Trust your senses. Die Errungenschaft, die ich bekommen habe. Sie hat Stunden, Tage sogar, in der Errungenschaft gebrochen. in der Dedeutung. Die Errungenschaft, die Sie in der Plastikver продолжieren. Ja. Your eyes were opened, but you were... gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. And here we are again at the top of the head, with a further proven proof. To kill you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you from the inside. You're disappearing one memory at a time. Every time you remember, it disappears. They're going to take everything. They're not yours anymore. They're going to take everything you have. The memories of ghosts. They belong to the gods. They're going to take you from the inside. They want to kill you. They want to kill you. I think they want your body. They want your soul. They want to kill you. And they're going to take it. The memories were yours, but they're the gods now. Nothing is yours anymore. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than forty and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. The End The End Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? It feels... Creepy. We're in a forest. It feels wrong. It's strange. Where are we? We'll find out next time. Where are we? Thank you for the watching. We'll see you next time. Bye!